Die Menschen in Deutschland sehnen sich und benötigen für ihre Gesundheit einen Wandel der Erzeugung und Herstellung landwirtschaftlicher und tierischer Produkte. Nur eine nachhaltige biologische und ökologische Landwirtschaft kann gute, gesunde und vitaminreiche Lebensmittel für Mensch und Tier liefern. Die Gesundheit und das Wohl der Menschen und aller Tiere hat oberste Priorität. Industrielle Massentierhaltung und Ausbringung von gentechnisch veränderten Saatgut sowie aller gentechnisch veränderter Organismen ist ab sofort zu verbieten. Ebenso die Ausbringung chemischer Spritzmittel zur Unkrautvernichtung. Gesundheit für Mensch und Tier nebst Natur haben oberste Priorität. Die Ausbringung Die Ausbringung Die Ausbringung Die Ausbringung Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020